Musik 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 Der Präsident von Boston hat Kinder in sechs verschiedenen Parishen über die letzten 30 Jahre. Die Kirche hat darüber herausgestellt und hat nichts gemacht. Wir haben keine langfristige betrüftigen Beispiele an das Fall. Nein, wir haben es nicht. Und das ist das Kind, die Ihr Team mit dabei wären. Spotlight? Spotlight ist das Portrait einer Redaktion. Ich weiß, es gibt Dinge, die Sie mir nicht sagen können. Einer Stadt, einer Enthüllung, eine Geschichte über Journalismus und über den Mut, die Wahrheit zu sagen. Wie war es so möglich, zu coveren so eine große Geschichte, und es gab so viele Menschen, die die blinden Augen zu sehen, weil es so eine unbezügliche Subjekt ist. Wenn es 90 von diesen Bastards gibt, dann die Leute wissen. Vielleicht können sie. Sie wussten, und sie lassen es passieren. Es könnte man, 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 es könnte man. Es könnte man. King juez.